hey leute willkommen zurück zu super mario galaxy ja ich spiele es jetzt gerade mal auf meiner video weil ich gehört habe dass die wohl für solche wie spieler ein abscaler drin haben soll und ja mal gucken wie sich das auf die videos auswirkt ich hoffe man sie jetzt um einige schärfer aber wir uns ja sehen und wir haben post hallo ein brief ja ich weiß bescheid ich weiß bescheid für bestens informiert fünf stück nehme ich doch mal gerne an ja ja in gefangenschaft es ist super braut ist ein super braut ja ich war schon gerettet aber so so kam mit der luigi rum müssen wir eigentlich auch mal wieder bescheid sagen immer suchen gehen ja wenn du dich nicht anstrengend dann ist das gesamte universum von jungen also eigentlich mal ein bisschen so aber bevor ich hier noch weiter rum laber gucken wir einfach mal nach opfer irgendwas auf verlüchte hallo naja ist die karte so toll wieder keine kometen da alles muss man selber machen hey dicker nein 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 bewegen genau das sollst du 20 sternteil dieser wucher wir kriegen die wahl zwischen not und elend es ist doch super nur lieder ne kometen ich drehe durch ja alles gut verlaufen du ist gut reden ich bin ja so ein so ein so ein so ein leader komediengenie das haben wir ja alles schon festgestellt so ach nein mit dir will ich auch kein nein ach ich habe schon durch so nein man so mit dir will ich reden und mal ganz genau gucken wo hier noch was ist abgehakt so phantom galaxie ich erinnere mich ich erinnere mich das machen wir noch mal direkt das machen wir noch mal direkt dann ist das schon mal abgehakt weil ich mich da auf meinem anderen links da hier stand so richtig dämlich angestellt habe also ich habe es erst nach gefühlten 15 und reellen 30 versuchen hinbekommen ob das jetzt besser laufen wird werden wir sehen ich hoffe es ist ständig da glaube ich muss mal eben irritiert doch nur so die lila münzen im schwere raum ja das ist nämlich die mission in der wir völlig schwerelos der drin 100 münzen sammeln sollen das wäre an sich nicht das problem wenn ich nicht zu dämlich wäre mich zwischen den leckeren fleisch rollen da durch zu also ach komm weiß bescheid irgendwie jetzt 100 stück zusammenkriegen war schon mal schlecht so sehr auf dem weg mal gleich so einen pilz einsammeln und das ist das problem macht nur eine minute zeit und bei zeitsachen bin ich immer ganz hinten mit dabei weil man die zeit hier nicht nur für das sammeln der münzen gilt sondern auch für das einsammeln des sterns ja ich mache ja ich mache ja ich mache ja ich mache ja schon voll dabei komm 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 3 sekunden noch drei sekunden in der letzten sekunde freunde also leute ich muss jetzt sagen ich bin recht stolz auf mich selbst das kommt selten vor das darf ich mir jetzt mal erlauben man könnte jetzt behaupten natürlich er hatte doch übungen und alles aber es ist weitaus komplizierter als man sich das vorstellt ja so oder da jetzt hundertprozentig nirgendwo mehr äh lila kometen sind lass ich mir erst mal wieder neue hinschicken weil ich mir die geheimen sachen erst mal ein bisschen aufspare ach schick mal post ein brief von regi wo bist du denn ach so ich weiß bescheid ich weiß bescheid ja alles klar will foto sehen alles habt verstanden so so und er vermutlich ist er in der honig bienen galaxie mhm honig wo war die denn nochmal hier sagt mir lieber hier hier ist sie gewesen genau du 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 swinning ist er da was jetzt noch mal ein grünes fragezeichen wo ist er wenn er war doch hier oder nicht wo war der da klebt er irgendwo am baum irgendein baum nö das für springen ist doch eigentlich irgendwo da vorne dran kleben oder nicht oder einfach die nennen den falschen kurs gewählt aber wie viel springen hat das ding überhaupt ich weiß gar nicht so drei luigi auch keine luigi da auch nicht so ein bisschen suchen einmal zurück ja 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 so das war noch olympia reif meint er nicht so kein luigi und auf der anderen seite kein luigi was soll das denn ich habe ihn entdeckt ich habe ihn entdeckt das ist meiner ich darf ihn behalten hopp nö geh mal weg äh war es nicht hier oder wie kann ich jetzt nochmal da ähm ähm und er ist ja echt erstmal außenrum das ist mal banale was soll das denn hier muss ich als bienen mario ja ja äh ich erschossen unsere königin jao danke für die informationen aber immer weg eine pizza von die biene zwischen job ich wollte mal hier geht nicht das ist die große frage da komme ich doch nicht hoch da oben zwischen stoppen ja jetzt muss ich da oben hin komm flieg 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 so hey muss ja mal fallen lassen so naja bruder herz ist der riesen käfer weg was für ein riesen käfer hä hast du was genommen dann lass uns den power stellen nehmen und nichts wie weg von hier zwischen best in dark man ja ich will wir haben ja schon ab wir haben ja schon ab keine eile keine eile keine eile keine eile die da der ohne nebencharakter ist ja auch meine vordergrund stellen ne 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 oh je schwing 85 das heißt uns fehlen noch uns fehlen noch da fehlen uns noch kann meine bitte für mich rechnen ok 35 also noch weitere weitere achter sind ja ach die sind noch ja das ist ja wunderbar dann gucken wir mal nach die karte ja höhlenverlies schlechte eisvulkan schon ganz schlecht stern ist klar da habe ich schon fast sagen versuchen was hier dann ist das nämlich auch schon weg wobei jetzt das schlaf zu machen wo pennt die denn noch mal schläft überhaupt ja noch nie einmal schlafen sehen hier das weiß ich wie vielen folgen wach das nenne ich eine arbeitsmoral so gehört sich das was was kommt man muss einfach schlafzimmer das war auch hier hat quatsch das war ja unten ich rede schluss aber kennt ihr ja nicht anders aber voll vor die wand gesammelt ja mario so klein der kann eine stufe auch als wand bezeichnen so da gucken wir noch mal und noch einmal war zu schön war ab in schlafzimmer zu werden bei anflug auf lieder komet also dann baller mal an der eisberg steil eisberg steilwand so aufwörter das ist ja fast so wie 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 hier ne ich weiß auch nicht was da wir müssen wo müssen wir es weiß nicht wo wir lang müssen es ist durchaus schlecht auch hier müssen wir nur darauf achten dass wir nicht sterben das ist ja schon mal eine erleichterung das war keine große aber immerhin das wäre fast in sauergang so so die sagen wir mal gleich ein so 67 89 9 10 12 13 14 zählen können doch gottes willen so planung wo geht es als nächstes lang erst mal nach oben wo steht fest da kommt weiß mal was du denn da so ähm die töte die töte so damit müssen wir nach oben kommen richtig das ist ja aus das schafft ja super doch schade nein ach gott ja doof machen wir jetzt müssen wir da hinten wieder hinspringen na gut was was das war sehr gut so du ist auch wieder viel zu oft so das ist unglaublich das ist so unglaublich glaublich dass man es gar nicht mehr glauben kann dann ist es halt bleiben geht mal den komplifizierten weg so hat 20 29 wo wir sind noch ist hier sind echt nur 100 stück drin haben wir echt dann denn dann hat der arschkirmes hat hat noch was gesehen hat hat nein nicht den so das war dann dann hoch da muss man hierüber stehen teile können wir sammeln die wäre noch wichtig so und ich weiß ja praktisch müsste schon längst vorbei sein aber ich komme wieder zu nichts große frage ach komm ich sammle das noch fähig als kleine introduktion dass das ein paar ausgefallen ist so 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 und schwierig und bloß weg so flower power ja machst du denn der sommer froh dass mario bist ja da muss ich jetzt warten bis darüber kommt ein bisschen noch ein bisschen du sollst doch nicht dahin so ganz normal so bleiben warten 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 springen was der kruppe sprünge vorher nie gemacht ist wohl ein bisschen aufspiel es ist extrem kacke nein ich verstehe wir müssen wir müssen wir müssen die eisblumen haben ansonsten ist es gewesen kommen los nein das gibt es doch nicht darum was genau abpassen hätte schon vorher machen sollen naja jetzt können wir genau abpassen ständig alles so dann ist etwa jetzt dahin dann sind wir da wenn das sieg zurück warum wird er davon aufgehalten ich verstehe das nicht sprich sei doch nur gegen was sollen das so wieder abwarten tut mir sehr leid aber läuft selten wie geplant ja das wollte ich nur sagen dass selten wie geplant ja so noch den auch noch und dann versteckt sich da noch eine blume so kommen auch mal in die anderen zum schluss hin so jetzt noch hier kommen haben wir ja schon bald drei viertel bald dauert noch vom prinzip ach klar war ich hier eigentlich die werden ja auch ewig dran sitzen mindestens zehn folgen weil ich schon vorher wieder sterbe also was wir zu erzählen wollen und schnupfen ja super unhilfreich das preis ist nur wo kommen wir fragen nein die frage ist wo können wir hin werden wir nicht sehr begrenzte auswahlmöglichkeiten so kommt mal runter sehen wir da sehen wir okay so ich denke mal ein bisschen ohnehin wieder runter weil wir hier nicht weiterkommen sagen also ist es jetzt nicht bringt so für können hinten ja noch völlig vergessen oh mein gott was sind wir die münzen die bringung so gar nichts außerhalb für den score aber ansonsten springen darüber so und noch mal los lieber zweimal gehen als verrecken so nix 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 hat davon welche und aus einer umgekippt was nicht schlafen was hat der der erkältet ich nicht hier stimmt ist ihm egal ich will auch so pennen können was gar elf und zwanzig stück wo sind die wenn noch höher komme ich ja nicht doch ich muss da noch irgendwo ich konnte den hoch was heute extra lag spart ich habe vergessen ja so schnell rüber warum ist es schafft es doch auch sind man sich irgendwo festzuhalten man das spiel verarscht nicht so jetzt stehen wir gleich oben noch irgendwo rum springen müssen aber warum willst du immer nach links springen ich verstehe das nicht so gehört sich das jetzt darüber vor die ball knollen ja darauf darauf will ich hier ist ja nix ich kann nicht mal darüber springen oder wie komme ich da hin ich bin irgendwie beschränkt so einfach mal da über den berg zu springen weil wir jetzt hier versucht über zu springen können doch alles aus sein nein nicht nach so genau nein nicht aller du kohlwurst fragt mich nicht was das jetzt heißen sollte aber so dann versuchen wir einfach mal bis dahin kommen wir können die nicht an der seite hoch oder so nur hier hoch das muss ausreichen ja dann hole ich vielleicht gleich so achte achte das sollst du wissen die sehr geil drauf man ok klappt von hier aus ich muss wieder nach ganz oben auch nur ein schikane rein zu schikane das ist jetzt sind jetzt so die sachen wo ich echt ziemlich blind agiere obwohl ich es reicht ja wenn ich hier hoch komme nein ignoriert so und ich hoffe mal nicht dass ich jetzt noch irgendwo ein stern abliegen lassen so ein einziger das wäre ich da ging mir echt an die nieren so spiele schneemänner des todes des todes das nochmal so 1 so da ist jetzt weil ich mag das spiel ja echt das kommt vielleicht anders rüber momentan aber ich mag das spiel wirklich aber mitunter ihr kennt das selber ist echt momente wo du echt nur denkst warum so 18 stück fehlen noch und wehe sind hier nicht zu finden wehe vor allem ich vergesse nur einen einzigen dann geht die sucherei los nein gott sei dank so dankeschön 15 sind es noch noch 14 und 1 2 3 4 ihr seid lustig drauf ja gut darüber noch acht stück acht stück ernsthaft jetzt ist das nicht so mit denen da rein laufen so 1 2 3 was soll das denn jetzt so witz wie soll ich denn jetzt da soll ich springen auf dem gipfel traumhaft da mache ich bin hier aus kommst du mit hilfe des hechtssprungs weiter von außen soll ich treffen ja zielen ok zack das hilft ja noch ach 1 2 eine münze wo ist sie wo ist die münze da oben auch ich dachte schon das schon ganz weit weg da muss ich ach ok nein aber am besten nicht da rein schwimmen komm aus ja ich sage war eine halbe stundenpartner sollte noch erst mal gewesen sein ich weiß auch nicht mein mit abstand längster mario das soll ich denn noch machen außer kann doch nicht höher und müssen mit anlauf das kann ja auch nicht so von hier aus so nein nicht so so genau mann 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 so jetzt möglichst unbeschadet darüber abartig schwierig so geschafft vor Ort sei es jetzt alter eine halbe stunde alles klar nummer 86 ja alles klar leute dann würde ich mal sagen wir sehen uns im nächsten part tschau ja 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 Vielen Dank.